Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die auf Abschlussprüfung 2017 A3 gerechnet hätte. Ich habe mal alle bekannten Größen eingezeichnet und siehe da, um diese Strecke DA zu berechnen, brauche ich laut Aufgabe wohl den Winkel DBA. Das steht nämlich als Teilergebnis drin. Problem ist, dass dieses Dreieck hier rechtwinklig ist, aber ich habe nur zwei Größen. Jetzt schauen wir uns aber mal den Kreis an. Der hat nämlich eine besondere Eigenschaft. Immer dann, wenn ein Punkt dieser Kreislinie mit dem Mittelpunkt verbunden wird, dann nennt man das den Radius. Also ist hier der Radius gegeben mit 60 cm. Die Strecke BC ist gerade der Radius. Das heißt doch, dass der Punkt D, der auch auf der Kreislinie liegt, genau den gleichen Abstand zum Mittelpunkt hat, weil auch hier der Radius wieder auftaucht. Wir haben hier lauter Radien oder gleich lange Strecken, nämlich immer von einem Punkt des Kreises, der Kreislinie zum Mittelpunkt. Also können wir hier auch 60 antragen und losrechnen, denn jetzt haben wir in diesem Dreieck drei Größen. Was haben wir gegeben? 120 Grad zu 60, 50 cm zu diesem Winkel. Also das heißt, eigentlich können wir nur diesen Winkel berechnen, mit dem Sinussatz, brauchen tun wir aber den Winkel. Ist aber kein Problem, denn den gesuchten Winkel DBA können wir dann über die Innenwinkelsumme des Dreiecks berechnen. Also wir ziehen von 180 Grad den Winkel ab und den Winkel, den Winkel ADB habe ich den genannt. Das ist der hier oben. Und Winkel ADB habe ich ja gerade schon festgestellt, den kann ich mit dem Sinussatz berechnen. Sinus von 120 Grad zu 60 cm verhält sich wie Sinus von eben diesem Winkel zu 50 cm. Ergibt Winkel ADB gleich 46,2 Grad und dementsprechend einen Winkel von 13,8 Grad, wenn ich das von 180 und 120, wenn ich das von 180 abziehe, inklusive den 120 Grad abziehe. Also jetzt habe ich den Winkel DBA in diesem Dreieck und eigentlich sollte ich bei der Aufgabe die Streckenlänge DA berechnen. Und das ist jetzt natürlich ein wunderschöner Kosinussatz. Da haben wir diese Strecke mit 60, diese Strecke mit 50 und diesen Winkel hier, den eingeschlossenen zwischen den beiden Seiten. Damit können wir den dem gegenüberliegenden Strecke berechnen. Ich habe das gleich in die umgeformte Variante aufgeschrieben, also nicht in die Quadratvariante, DA² ist gleich, sondern ich habe gleich auf beiden Seiten die Wurzeln gezogen. Aufpassen, es sollte eine Einheit mit Zentimeter rauskommen, also sollte das auch in der Rechnung zu sehen sein. Und damit haben wir eine Streckenlänge von 16,5 cm und die erste Aufgabe ist bereits gelöst. In der zweiten Aufgabe, ich habe jetzt mal hier noch die größten mit notiert, Da geht es jetzt darum, dass wir herausfinden sollen, wie lang der Kreisbogen und die Strecke DA ist. Also die Aufgabe heißt eigentlich, dass da ein Laserschneider entlangfährt und wir sollen berechnen, wie lange der braucht. Er braucht nämlich 30 cm Schafter pro Sekunde und wir sollen herausfinden, wie viele Sekunden er insgesamt dafür braucht. Und dafür müssen wir doch erstmal herausfinden, wie lang diese Strecke erstmal ist. Gut, eine Strecke ist es ja nicht, das hier ist ein Kreisbogen, aber dafür haben wir ja eine Formel. Nämlich, die Kreisbogen CD ist zweimal der Radius. Den habe ich ja mit 60 Grad mal Pi mal und dann natürlich der Winkel des Kreisbogens. Den haben wir hier noch nicht, aber weil ich weiß, dass es insgesamt 90 Grad sind, muss ich einfach die 13,8 Grad hier abziehen. Und dann habe ich eben diesen Winkel des Kreissektors und damit kann ich den Kreisbogen berechnen. Nämlich diesen Winkel durch 360 Grad und ich erhalte meinen CD, meinen Kreisbogen 79,8 cm. Die Strecke DA, die habe ich ja schon berechnet. Zusammen ergibt es 96,3 cm. Also das ist die Strecke, die Länge, die der Laserschneider zurücklegen muss. So, und er schafft pro 30 cm, also pro Sekunde schafft er 30 cm. Das heißt, ich muss da noch rausfinden, wie viele Sekunden er insgesamt braucht. Also klar ist, dass er 3 Sekunden braucht, weil für 90 cm braucht er dann 3 Sekunden. Und die Rechnung, die dahinter steckt, ist 96,3 geteilt durch 30. Also braucht er nicht nur 3 Sekunden, weil es sind ja noch 6,3 cm übrig, sondern 3,2 Sekunden aufpassen. Das sind nicht, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das mit 3,2 auch richtig verstanden wird und das auch richtig hingeschrieben wird. Aber die Schreibweise, die hier erlaubt ist und die hier am Schluss zählt, das ist die hier. Dass man nichts durcheinander bringt, es sollte am Schluss was mit Sekunden rauspacken. So hätte ich die Aufgabe gelöst, die Abschlussprüfung 2017 A3.